Verschwende deine Zeit nicht mit einem Job, den du nicht liebst. Deine Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens einnehmen. Und der einzige Weg, wirklich zufrieden zu sein, ist zu tun, was du für großartige Arbeit hältst. Und der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist zu lieben, was du tust. Wenn du es noch nicht gefunden hast, such weiter. Gib dich nicht zufrieden, wie bei allen Herzensangelegenheiten, wirst du es wissen, wenn du es findest. Und das, finde ich, ist unglaublich wichtig. Er sagt es nämlich selber in diesem langen Zitat. Zum einen wird man nicht zufrieden mit sich sein, egal wie viel Geld der Welt man hat, wenn man etwas tut, was einem nicht gefällt. Zum anderen wird man nicht so eine gute Arbeit leisten können in der Arbeit, die einem nicht gefällt. Das heißt, man kann nicht so viel erbringen, wie man eigentlich erbringen könnte. Und man wird niemals zufrieden sein, weil es eine Herzensangelegenheit ist und einen riesigen Teil des Lebens einnimmt. Die Arbeit. Und das Traurige ist, dass heutzutage viele Menschen leider in einer Position sind, einfach den Ressourcen gezwungenermaßen, dass sie einen Job ausüben, den sie hassen. Die Arbeit. 000